Ich bin Graf Dedo von Greutsch und Rochlitz. Ich bin der, der Rochlitz zu seiner ersten Blüte verhalf. 1156 übernahm ich die Provinz und hab gleich zugesehen, dass hier etwas passiert. Die Wälder roden, das Land für den Ackerbau nutzbar machen, Bauern ansiedeln, das war erst mal das Wichtigste. Meine Kinder sollten später davon profitieren. Ja, und dann war es ein Glück, dass ich in der Gunst des Kaisers ganz oben stand. Immer wenn Kaiser Barbarossa nach Italien musste, weil seine Städte Ärger machten, bin ich mit einer kleinen Herrscher dabei gewesen. Immerhin 40 Mann, schwer bewaffnet und beritten. Dazu genauso viel leicht bewaffneter. Fünfmal haben wir diese Reichsheerfahrten unternommen. Na ja, und dann sind wir uns auch schon mal näher gekommen, der Kaiser und ich. Oft hat er mich um Rat gefragt. So war ich nicht nur sein treuer Gefolgsmann, sondern auch ein wichtiger Berater. Und das hat sich natürlich ausgezahlt. Doch der Wohlstand hatte auch eine Kehrseite. Ich wurde immer fetter. Ach, ich habe aber auch allzu gern geschlemmt. Mein Beiname sagt doch wohl alles. Dedo, den Fetten, haben sie mich genannt. Ach, das hat mich schon gewurmt. Und als mein Pferd mich dann nicht mehr tragen wollte, da hat es mir gereicht. Ich rief meine Ärzte und befahl, schneidet mir das Fett weg. Heute nennt man das wohl Schönheits-OP. Leider ist da etwas schief gegangen.